Er entwickelt auch schnell als Moschee ungestaltbar, würde ich sagen, oder? Mit den Türmen hier. Ökumene, Zusammenführung, hereintreten in den fremden Glauben. Lies doch mal, Ratzinger, zur Vorbereitung auf den Weltjugendtag. Ja, aber der will doch nicht mit den Moslems ökumenieren. Mit allen Brüdern und Schwestern von anderen Religionsgemeinschaften. Zunächst einmal den eigenen Glauben kennen, um dann hineinzutreten in den anderen Glauben. So, wenn man hier, guck mal, das ist der Neumarkt. Ja, hier ist das Milowitsch-Theater, das ist auf Jahre ausverkauft, die Aachener Straße. Und wenn man jetzt hier, die Aachener Straße, immer weiter geht, können Sie mal Platz machen, so ein bisschen. Dann ist da, hinten ungefähr, oh, guck mal. Das sind schon die ersten, toll, das sind schon die ersten Ergebnisse von Rappolder. So ist es, Geisbock weit wo. Da ist ungefähr das Müngersdorfer Stadion. Wir verplaudern uns jetzt mit der Zeit, das tut mir sehr leid, falls Sie Verwandte sind vom Jugendchor St. Stephan. Zu dem Auftritt kommen wir heute wahrscheinlich. Nein! Eher lasse ich dieses dünne Geschwurzel von Herrn Andrag rausschneiden. Gleich kommt der Chor, bleiben Sie auf jeden Fall dran. So, wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir, guck mal, du hast den Gerion vergessen. Nein, habe ich nicht vergessen. Nein? Sie können sich das vergessen, das hat ja die berühmteste Ochse der ganzen Mittelreihen-Romanik. Normal ist ein Oktogon. Normal! Also Oktow wie... Das ist normal! Ja, Achtecken. Oktow wie das Achteck, Hexagon, Frankreich, das Septagon, das Siebeneck, Nonogon, mein Einschlafmittel und so weiter. Das hier ist ein Zwölfeck. Ist ein Dekagon, nein, ein Zehneck. Ein Dekagon, sag ich doch, ein Zehneck. Ein Zehneck. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das berühmteste Zehneck seit Erfindung der Hagia Sophia. In dieser Tradition stehen wir jetzt. Das Einzige. Einzige. Das Einzige. Absolut das Einzige. So, das hier hatten wir ja schon. Sankt Apostel. Sankt Apostel, natürlich. Das hier ist das Schnüttgenmuseum. Schnüttgenmuseum. Sankt Maria im Kapitol. Da habe ich schon fantastische Aufführung des Weihnachtsoratoriums erlebt, wo der Pianist trotz Wollhandschuhen spielen konnte. Minus 30 Grad in einer Kirche. Wahnsinn. Und trotzdem wurde gesungen, was die Darmseiten hergegeben haben. Wirklich wahr. Warum im Kapitol? Weil es ursprünglich die Hauptstadt von Rom werden sollte und hier das Kapitol schon gebaut war. Ja. Dann kamen aber 10.000 jungfräuliche Gänse, die schnatterten, die Römer wachten auf und retteten uns vor Kunibert im Heizbahn. Ja. Also es ist auf alten römischen Fundamenten gebaut. Ein bisschen kann man sich historisch schon informieren. So. Das hier ist Sankt Pfaller von der Klebestelle. Sankt Maria Lüßkirchen. Eben. Wieso eigentlich Lüßkirchen? Weil, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Aber zu mir immer sagen, Leute deines Alters, andere Leute deines Alters kennen diese Kirche, weil sie wissen, sie werden bald davon leben, dass sie sie putzen. Guck mal hier, da ist noch das Schokoladenmuseum ganz um die Ecke. Das ist toll, da sind ja Kinder verrückt, Schokoladenmuseum nur am Wochenende. Nur da haben sie dieses tolle Feeling, die Geschichte des Schokoladenbergbaus von Uruguay bis Pakistan und dieser Schokoladenspringbrunnen. Der Brunnen. Wo jeder verhaftet wird, der nicht 10 Liter flüssige Schokolade direkt über dem Springbrunnen abnimmt. So ist es. So, was suchst du jetzt wieder? Das ist noch ganz wichtig. Die Kneipe, die man da von Lüßkirchen aus, hier, Brauerei zur Malzmühle. Da kann man irgendwie ein tolles Kölsch. Weltbekannt. Es gibt auch Päffken und Früh, muss man schon sagen, aber Malzmühle. Und wer hat da seinen Kölsch getrunken? Das FBI rief an und sage, hier ist das FBI, wir brauchen gleich 40 Plätze für Präsident Clinton beim G8-Gipfel, worauf der Wirt sage, du mich auch und leg dir auf. Das ist Köln. Plötzlich geht die Tür, Ding Dong, Bill steht da. Und Bill war von dem Chor, den wir gleich hören werden, so begeistert. Auf dem gleichen G8-Gipfel? Er hat mit dem Chor gesungen, Oh Happy Day. Und besonders laut hat er gesungen an der Stelle, And Wash My Sins Away. Das wurde live in die ganze Welt übertragen. Natürlich. Das war absolut der Hammer. Vorsicht, macht die Kirche nicht kaputt. Ja, ich gehe ja vorsichtig dazu. Das hier? Das da? Das da. Sankt Pantaleon. Sagt man Sankt Pantaleon oder Sankt Pantaleon? Pantaleon. Pantaleon. Eine der großen romanischen Kirchen in Köln. Ich habe es gleich so. Oh, ist das nicht die Grabstätte von Erzbischof Bruno? Und da liegt auch noch Kaiserin Theophanow. Ohne die wäre diese Kirche nämlich gar nicht entstanden. Das ist es doch. Immer wieder faszinierend für mich dieser Eingang wie ein Triumphbogen und dieser strenge Saalbau. Ehrlich? Ja. Mein Gott, du hast dich aber vorbereitet. Na ja, das ist man dem Publikum schon schuldig, oder? Ja. Ganz daneben übrigens der Barbarossaplatz und den Kölner Innenlokal Dschungel. Ja. Das Dschungel ist aber, wir haben da heute Fotografen hingeschickt, inzwischen abgebrannt. Und das ist überhaupt nicht lustig. Stimmt. Hallo. Wo sind wir denn? Mir nahestehende Persönlichkeiten haben da gekellnert. So, und da gibt es aber auch sowas wie Gilbert Pinte. Mir nahestehende ist es nicht ein Euphemismus wie Familie. Und an den Klotwisch-Egges, aber ganz, ganz wichtig. Restzeit. Die Restlebenszeit von Manuel Andrag beträgt zehn Sekunden. Was heißt das denn? Das haben jetzt Wissenschaftler festgestellt. Wichtiger wird nicht mehr die Durchschnittsalter der Menschheit, sondern die Restzeit, die man noch für Krankenkasse und so weiter planen muss. Ja. Wir machen kurz mal Werbung. Herr Andrag muss ich ein bisschen frisch machen. Diese Kirche ist fast die lohnenswerteste, wie ich sage. Wie heißt die nochmal, Harald? St. Pantaleon. Genau. St. Pantaleon, nicht zu wechseln mit St. Cuniberth oder St. Cäzilie, der Schutzpatronin der Kirchenchöre. Jetzt untergebracht hat das Schlüttgenmuseum. Ja. Oder eben auch Maria Lüßkirchen. Sagt Maria Lüßkirchen. 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 Ich muss aber dringend noch auf, also das Dschungel ist abgebrannt. Ja. Aber was es immer noch gibt, total kultig und du kannst mir mindestens vier Leute, ne fünf Leute sagen, die dort ihre Karrieren angefangen haben. In diesem, um die Ecke hier von St. Pantaleon. Dirk Bach. Ja. Heller von Sinnen. Ja. Äh, Blackfuss. Nö. Georg Uecker. Äh, je, je. Rudolf Mooshammer. Nö, Uecker war immer, nein. Ja, aber dann komm ich nicht auf Fünfe. Ach komm. Ja, wer denn? Der, der mit dem Nachnamen wie so ein mittelalterliches Folterwerkzeug, war eine Waffe. Ralf. 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 Selbstverständlich. Soll ich doch wissen, dass der Ralf Morgenstern heißt. Mit der Kappe. Ja, toller Kollege. Ja, natürlich. Fantastisch. Viel zu selten zu sehen. Hat hier angefangen. Ja, wird auch da aufhören natürlich. Ja, klar. Dann natürlich der ehemalige Besitzer, Walli Bockmeier. Ach, toll. Ja, genau. Und natürlich ganz wichtig, auf dieser Bühne hat die ersten Gehversuche gemacht deine Lieblingsschauspielerin. Hast du schon in großen deutschen Erfolgsfilmen mitgespielt? Veronika Ferres. So sieht's aus. Wirklich? Ja. In der Geierwalli und so? Ja, genau, genau. Bevor sie dann bei Til Schweiger gespielt hat. Ja. Mit Til Schweiger. Ja. In Manta Manta. Die hat in Manta Manta gespielt? Ich glaube, oder in... Nee, ich glaube, das war die andere, die kleine blonde. Tina Ruhland. Tina Ruhland, ja, ja. So, das hier ist... Feng Shui. Du kannst auch noch... Die romanischen Kirchen in Köln werden durch Feng Shui neu aussortiert. Aussortiert. Wirklich, neu ausgerichtet. Der Altar muss ein bisschen anders, da kommen ganz andere Vibrations, denn wenn der Papst kommt, muss der Drache raus, verstehst du? Der muss diese Öffnung offen bleiben, durch die geht der Drache durch. Das ist doch christliches Feng Shui. Wohin sind alle Kirchen gerichtet, alle katholischen? Nach Osten. Warum? Weil da die Sonne, Moment mal, aufgeht. Ja, und auch... Richtung des Grabes nach Jerusalem. Ja, eher, da wird der Erlöser erwartet aus Richtung Osten. Ah. Deswegen, früher haben ja die, wie wir das jetzt hier aufmachen... Das klingt irgendwie wie Werbung für Angie Merkel, der Erlöser aus dem Osten. Ja, das klingt... Oder? Ja, genau. Also wirklich? Wir müssen aber jetzt auch auf die Kneipen hier in der Südstadt hinweisen, weil das ist ja ganz wichtig. Ja, aber also die Südstadt, das ist... In der Südstadt ist... Der Südstadtmann ist eigentlich die wichtigste Figur in der Südstadt. Und der trifft sich hier auch im Klotwig-Eck, zum Beispiel. Legendäre Kneipe. Wer hat sich da am Pissoir kennengelernt? BAP-Gründer Niedecken. Und Major Häuser. Und der Major, der Major mit dem Hut. Ja. Ja. Pissen da nebeneinander. Mensch, warum wollen wir nicht mal eine kölsche Band gründen? BAP war geboren. Ist das nicht toll? Das ist unser Stadt, unser Fede. Ja, also wirklich, wenn Sie nach Köln kommen, die zwölf romanischen Kirchen sind ein Must. Haben wir alles? Ja, wir müssen noch irgendwie vormachen, wo man am Ring aufpassen sollte. Ja, das sollten Sie vielleicht aufpassen. Am Ring ist natürlich absolut großstädtisches Halligalli an den Wochenenden. Am Ring hören Sie zwei Geräusche. Das eine ist... Das sind deutsche Cabrios an der Ampel. Und das zweite ist... Gehen Sie in Köln zu Fuß, Sie kommen mit dem Wagen wahnsinnig schlecht. Und das ist voran. Ich schneide dich jetzt. Ja, das ist ja so albern, da schneiden wir raus. So. Auch das blüht vielen, wenn sich Ulla Schmidt mit der Gesundheitsreizform durchsetzen kann. Ach das? Ja, aber hallo. Aber die Bundesregierung hat eine tolle AG, wenn Sie sagen, schuld dran ist, nur dieser Euro, der hat alles so teuer gemacht. Die Bundesregierung hat sich was einfallen lassen. Sie war ganz unten. Sie war komplett weg vom Fenster. Noch viel wecker als Nadel. Doch jetzt die überraschende Wende. Europa in der Krise. Der Euro auf Talfahrt. Aus diesem Schlamassel kann uns nur noch sie erretten. I'll be back. Ja, sie ist zurück. Die gute, alte D-Mark. Geld, für das man sich nicht schämen muss. Demnächst auch wieder in ihrem Portemonnaie. Dafür hat die Bundesregierung gesorgt und jetzt, meine Damen und Herren, Optimismus und Lebensfreude pur. Der Kölner Jugendchor St. Stephan, der seinen großen Auftritt haben wird, wenn der Papst im August hier zum Weltjugendtag kommt. Das ist die aktuelle CD. Hand in Hand unter der Leitung von Michael Kokoth und die Solistin Hanna Heinemann singt jetzt für Sie. Der Kölner Jugendchor St. Stephan, oh happy day. 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 Oh, that Jesus loved Oh, that Jesus loved Watched my sins away Oh, happy day Oh, happy day He taught me how He taught me how He taught me how Jive high and brave And he taught me how to live And every joy A joy to see Every day Every day Oh, happy day Oh, happy day Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und... ... 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